Die Corona-Krise hat natürlich auch vor der Stadt Kitzbühel nicht Halt gemacht. Das soziale Leben ist auf ein Minimum beschränkt. In der Stadt sieht man nur wenige Menschen. Geschäfte, Gasthäuser und Cafés haben geschlossen. Der Skibetrieb wurde Mitte März eingestellt und so langsam schmilzt der Schnee auf den verwaisten Pisten. Jedoch, die Versorgung für die Kitzbüheler Bevölkerung ist gesichert. Es gibt Strom, Wasser und Internet. Alle Lebensmittelgeschäfte haben geöffnet. Versorgungsengpässe werden nicht erwartet. Gemeinsam mit den Vizebürgermeistern Ingenieur Gerhard Eilenberger und Walter Zimmermann nimmt Bürgermeister Dr. Klaus Winkler Stellung zur derzeitigen Lage. Liebe Kitzbühlerinnen und Kitzbühler, die Corona-Verkehrsbeschränkungen dauern nun schon mehrere Wochen. Und ich darf mich heute gemeinsam mit unseren beiden Vizebürgermeistern Gerhard Eilenberger und Walter Zimmermann hier aus dem Rathaus melden. Wir drei waren ja auch behördlich verordnet in Quarantäne. Zum Glück wurden wir nicht infiziert. Homeoffice und Digitalisierung sind die modernen Schlagworte unserer Zeit. Jedoch sehnen wir uns in Wahrheit alle nach persönlichen Kontakten, nach Gesprächen mit Freunden, Bekannten und Verwandten. In der öffentlichen Verwaltung, im Bauhof, in der Abfallstelle, bei den Stadtwerken und natürlich auch im Rathaus und im städtischen Bauamt mussten wir den Parteienverkehr einstellen. Jedoch sind alle Abteilungen mit unseren Mitarbeitern besetzt. Die Gemeindearbeit muss schließlich weitergehen. Die Müllentsorgung, die Versorgung mit Wasser und Strom laufen und die Grubermühle, unsere Abfallstelle, ist zu den üblichen Öffnungszeiten auch geöffnet. Als Verantwortungsträger in einer so großen Stadt wie Kitzbühel habe ich eine klare Meinung, dass ich diese Arbeit schwer von zu Hause aus machen kann und ich deshalb jeden Tag im Rathaus bin. Wie auch unsere Vizebürgermeister immer erreichbar sind. Wir sind in ständigen Kontakt mit den Blaulichtorganisationen, vor allem mit der Polizei und mit der Feuerwehr. Dabei können wir uns auf einen starken Sicherheitsstab verlassen. Vielen herzlichen Dank. Großer Dank gilt auch den vielen Verkäuferinnen, dem Pflegepersonal und allen, die im medizinischen Dienst arbeiten. Sie leisten Großartiges und sind die Helden unserer Zeit. Der persönliche Einsatz eines jeden Einzelnen in der Gemeinde ist vorbildlich. Dabei spreche ich nicht nur das Tagesgeschäft an, sondern meine auch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich an Lösungen arbeiten, um die großen und ständig ändernden Herausforderungen bewältigen zu können. So konnten wir auch mit einer Expertengruppe aus dem Rathaus, mit der Stadtamtsdirektion der Finanzverwaltung und den Stadtwerken in kürzester Zeit ein Sofortpaket schnüren, das mit einem Gesamtvolumen von zwei Millionen Euro dotiert ist und den Kitzbühler Familien, der einheimischen Bevölkerung und den einheimischen Betrieben zugutekommen soll. Großer Dank gilt dabei meinen Kollegen im Stadtrat, den beiden Vizebürgermeistern Gerhard Eilenberger und Walter Zimmermann und unserer Stadträtin Ellen Zieverer, die in sehr kurzer und überlegter Zeit ein finales Paket schnüren konnten. Es ist uns gelungen, unbürokratisch und wirksam zu handeln. Besonders im Auge hatten wir jene städtischen Gebühren, die für die Grundversorgung herangezogen werden. Das sind Wasserkanalgebühren, aber auch das Internet und das Kabelfernsehen. Natürlich haben wir auch unsere Familien gerade mit der Kinderbetreuung im Auge gehabt. Für die heimische Wirtschaft konnten wir durch den Aufschub der Kommunalsteuerzahlung bis Dezember und dem Nachlass der Gastgärtengebühren doch ein deutliches Zeichen setzen. Nähere Details findet ihr dazu auf unserer städtischen Homepage. Angetrieben wurden wir dabei von den Ängsten und Sorgen der heimischen Bevölkerung und vieler Betriebe, die nicht wissen, wie es weitergeht. Seitens des Bundes und des Landes wurde ein großes Hilfspaket eingerichtet, das unbedingt notwendig und unverzichtbar ist, allerdings mit sehr großem Bürokratismus und vielen Hürden verbunden ist. Ich bin stolz, dass uns ein Hilfspaket gelungen ist, welches in diesem Umfang und in dieser Form seinesgleichen sucht. Gelungen ist es aber auch nur deshalb, weil wir in Kitzbühel finanziell gut aufgestellt sind. Allerdings werden die Zeiten für unser städtisches Budget auch nicht leichter und wir werden den Gürtel enger schnallen müssen. Nachdem täglich neue Herausforderungen auf uns zukommen, bleiben wir auch nicht unermüdlich, um weiterhin an Unterstützungsmöglichkeiten für unsere Kitzbühlerinnen und Kitzbühler zu arbeiten. Wir unterstützen und helfen, wo und wie es geht. Unser oberstes Ziel ist es, liebe Kitzbühlerinnen und Kitzbühler, euch und Kitzbühel gut durch die Krise zu steuern. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich bin nun schon seit 30 Jahren im Gemeinderat der Stadt Kitzbühel tätig. Eine Situation, wie sie derzeit ist, habe ich natürlich noch nie miterlebt. Und es freut mich, dass der enorme Zusammenhalt in der Gemeinde und auch in der Bevölkerung so vorhanden ist, wie er derzeit ist. Ich war auch lange in den Stadtwerken, also in führender Position tätig und kann nur sagen, das Krisenmanagement in den Stadtwerken für die Grundversorgung unserer Bevölkerung ist hervorragend. Dort wird mit wechselndem Personaleinsatz die hundertprozentige Versorgung garantiert. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung, um das noch einmal zu sagen, ist hervorragend. Und aus diesem Grund ist es uns auch möglich, dass wir fast unüberwindbare Herausforderungen rasch angehen können. Wir hören täglich in den Medien, dass die Welt nicht mehr so sein wird, wie sie war. Das bringt natürlich auch für unsere Vereine massive Veränderungen. So sind fast alle Großveranstaltungen bis zum Sommer abgesagt, auch die kleineren Veranstaltungen. Die Vereine haben alle ihre sportlichen Aktivitäten eingestellt und heruntergefahren. Einzig das Tennis-Turnier, das Ende Juli stattfinden soll, ist noch nicht abgesagt. Hier wird es noch eine spätere Entscheidung geben. Ansonsten können wir mit keinen Veranstaltungen in nächster Zeit aufwarten. Das ist natürlich daraus entstanden, dass keine sozialen Kontakte stattfinden sollten. Gemeinnützige Vereine wie der Sozial- und der Gesundheitssprengl oder die Landjugend haben sich rasch für Hilfeleistungen angeboten. Auch das Ladl im Roten Kreuz, das bei den Stadtwerken draußen ihren Standort hat, ist weiterhin offen. Das zeigt, dass wir in Kitzbühel in schwierigen Zeiten zusammenstehen. Zusammenhalten, durchhalten und gesund bleiben. Das wünsche ich Ihnen allen. Die Straßen in unserer Stadt sind leer. Die Kitzbühlerinnen und Kitzbühler bleiben zu Hause. Und das ist auch gut so. Denn die Einschränkung der sozialen Kontakte ist einer der wichtigsten Faktoren, wie wir den Virus, den Coronavirus, so schnell wie möglich eindämmen können. Das ist für uns alle eine ganz schwierige und einschneidende Situation. Aber ganz vor allem die Kinder, Schüler und Jugendliche leiden auch unter dieser Situation. Und an die möchte ich mich jetzt ganz besonders wenden. Als Lehrer sehe ich, mit welchen Schwierigkeiten ihr in dieser Situation konfrontiert seid. Praktisch über Nacht habt ihr all eure Freunde, Freundinnen, all eure sozialen Kontakte aufgeben müssen. Ihr dürft nicht mehr in die Schule kommen. Die Schulen finden nur mehr in eingeschränktem Rahmen statt. Dieses sogenannte Distance Learning ist jetzt ganz notwendig. Und ich muss sagen, ihr Schülerinnen und Schüler macht das großartig. Wenn ich die Rückmeldungen bekomme, wie ihr mit den neuen Lehrformen, mit den digitalen Medien, mit den Arbeitsplänen, den Wochenplänen, den Tagesplänen, mit den Learn-Apps umgeht, wie gut ihr euch da selber beschäftigt, da bin ich wirklich sehr, sehr begeistert und stolz, wie sich die Kinder, aber auch die Eltern und Erziehungsberechtigten dieser abrupt notwendig gewordenen Umstellung gestellt haben und diese Situation bravourös meistern. Einen Teil dazu beigetragen hat sicherlich auch die Stadtgemeinde Kitzbühel mit der Unterstützung in der digitalen Bildungsoffensive. Denn da sind jetzt die Schulen bestmöglich auch für so eine Situation vorbereitet. Wir alle hoffen natürlich auch, dass wir die Lehrer mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam wieder möglichst bald in die Klassenzimmer gehen können und dann gemeinsam den Stoff erarbeiten. Zum Abschluss darf ich noch auf unsere Service-Hotline mit der Nummer 053 56 622 30 hinweisen. Unter dieser Nummer gibt es Hilfestellungen für Einkäufe oder ähnliche Erledigungen vom Bauhof. Ich darf Ihnen allen noch alles, alles Gute für die kommende Zeit wünschen und haltet durch! Liebe Kitzbühlerinnen und Kitzbühler, so realistisch muss man sein und wir wissen alle, dass diese Krise nicht so schnell vorbei sein wird. Wenn wir uns die tragischen Bilder aus Italien, speziell aus der Lombardei, anschauen, so machen diese Angst. Und es muss alles unternommen werden, dass wir bei uns nicht ähnliche Zustände bekommen. Die drastischen Maßnahmen, die uns auferlegt wurden, sind ernst zu nehmen. Und ich spüre auch in Kitzbühel, dass diese ernst genommen werden. Wir hatten bisher leider einen Corona-Todesfall. Aber wenn man sich die Zahlen ansieht, so sind die Zahl der erkrankten Menschen stagnierend, sogar leicht rückläufig. Das macht uns zuversichtlich. Zum Abschluss darf ich auf unsere Osterfeiertage eingehen. Nachdem die Osterliturgie nicht in der gewohnten Form stattfinden kann und ein Kirchgang nicht möglich ist, freue ich mich anzukündigen, dass erstmals in Kitz-TV ein Gottesdienst live übertragen wird. Unser Stadtpfarrer Magister Michael Strzinski wird am Ostersonntag um 10 Uhr die Messe live für die Bevölkerung lesen. Auch wenn es bisher vielerorts belächelt wurde, so wird diese Maske in Zukunft unverzichtbar sein und wir werden sie alle benutzen müssen. Liebe Kitzbühlerinnen und Kitzbühler, ich darf euch in meinem Namen, im Namen unserer Vizebürgermeister und des gesamten Rathausteams ein schönes Osterwochenende wünschen, schöne Osterfeiertage im Kreise eurer Familie wünschen. Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Wir werden immer für euch da sein. Alles Gute.